Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Unser neuer Mittelfeldspieler Tom Kraus hat ja bei uns nahezu keine Anlaufzeit benötigt. Von Beginn an war der Achter gesetzt und spielt eine wichtige Rolle. Doch sein Wechsel zu uns wäre fast an einer Bedingung gescheitert, denn für Tom Kraus stand in der vergangenen Saison fest, dass er nach seinem Engagement beim 1. FC Nürnberg unbedingt in der Bundesliga spielen möchte. Und deswegen war eben das auch die wichtige Bedingung für den Wechsel zu Schalke. Das hat er gegenüber der Sportbild verraten. Schalke hatte schon vor dem Aufstieg bei mir angeklopft. Für mich war aber ganz klar, ich möchte in der Bundesliga spielen. Am Ende schaffte ja auch Schalke im Gegensatz zu Nürnberg den Aufstieg. Somit war dann auch der Weg für den 21-Jährigen frei. Natürlich könnte man jetzt sagen, warum muss er sowas erzählen? Tom Kraus, der doch Schalke-Fan ist, würde doch eigentlich unbedingt so oder so für Schalke spielen. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass wir einen jungen Mittelfeldspieler haben, der sich einfach weiterentwickeln möchte. Und deswegen ganz einfach dann sehr, sehr gut zusammengepasst, dass wir aufgestiegen sind. Und hätten wir das eben nicht geschafft, dann wäre es wohl auch bei Tom Kraus nichts geworden. Aber so können sicherlich alle damit zufrieden sein. Florian Flick, mittlerweile ja Partner von Tom Kraus auf unserer Doppel-6, hat schon vor dem feststellenden Wechsel versucht, Kraus von einem Wechsel zu Schalke zu überzeugen. Wir haben uns einige Wochen vor seinem Wechsel zu Schalke bei der U21-Nationalmannschaft kennengelernt. Und natürlich habe ich ihm da gesagt, dass er super zu Schalke passen würde, erklärte Flick gegenüber der Sportbild. Aber große Überzeugungsarbeit musste dann Flick gar nicht mehr wirklich leisten, denn Kraus ist ja bereits seit Kindheitstagen Schalke-Fan und bedingt eben durch den Aufstieg war dann auch alles klar. Mein Opa war Schalke-Fan. Mit ihm habe ich mir die Spiele häufig angeschaut. Ich konnte mich mit dem Verein schon damals sehr gut identifizieren, begründete Kraus noch einmal, warum er ja so eine Sympathie für Schalke hat. Und dementsprechend fieberte Kraus auch schon zu Nürnberger Zeiten natürlich mit Schalke mit und freute sich logischerweise auch über die Rückkehr in die Bundesliga. Wir haben mit Nürnberg am nächsten Tag in Kiel gespielt, erinnerte sich Kraus an den Abend, wo wir den Wiederaufstieg feiern konnten. Ich lag auf der Massagebank und habe währenddessen das Spiel geschaut. Beim Siegtreffer von Rotri habe ich herumgeschrien, was aber kein Problem war. Die Nürnberger wussten ja auch alle, dass ich Schalke-Fan bin. Und nun ist er natürlich auch erst recht bei uns angekommen, will er natürlich auch dabei helfen, dass wir am Ende der Saison die Klasse halten. Unser Sturmzentrum läuft ja bislang noch nicht so richtig rund. Simon Terodde und auch Sebastian Polter haben jeweils einmal in der Bundesliga getroffen. Logischerweise blickt man dort auch möglicherweise auch mal in die Zukunft, um vielleicht dann auch nochmal einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Denn während Marvin Pieringer in der zweiten Bundesliga als Leihspieler bei Paderborn extrem überzeugt, gibt es nun ein Gerücht aus der Schweiz, dass wir einen weiteren jungen Stürmer zumindest mal auf der Liste haben. Denn nach Angaben der Schweizer Tageszeitung Le Novelli sind wir interessiert an Philipp Stojkovic, ein 22-jähriger Stürmer aus der Schweiz. Es gibt mehrere Vereine, die den jungen Mann auf dem Zettel haben. Und zu diesen Interessenten sollen eben auch wir Schalker zählen. Und das ist erstmal ein durchaus interessanter Name, über den man einfach mal sprechen kann. Stojkovic ist 22 Jahre jung, hat einen Marktwert von 1,3 Millionen und spielt in der Schweiz beim FC Sion und hat dort bislang eine richtig gute Saison erlebt. Acht Spiele gab es in der ersten Liga. Er hat vier Tore erzielt, zwei Tore vorbereitet und ist zudem auch Schweizer U21-Nationalspieler. Wenn man nochmal drauf guckt, was er für ein Stürmertyp ist, dann ist das, finde ich, schon relativ ähnlich wie bei Marvin Pieringer. Er bringt von allem ein bisschen mit, hat ein gutes Tempo, eine gute Physis, auch eine gute Ballbehandlung. Ist auch durchaus nicht verkehrt im Spiel mit dem Kopf und mit dem Fuß. Und ist natürlich dann auch erst recht interessant, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Trotzdem stelle ich mir dann die Frage, ob da dann wirklich was dran ist, ob das dann wirklich endgültig Sinn macht. Natürlich haben wir im Sturm durchaus unsere Probleme. Polter und Karaman als neue Spieler konnten noch nicht überzeugen. Simon Terodde kriegt bislang auch noch deutlich zu wenig Bälle, meiner Meinung nach, und ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Aber wenn man dann darauf blickt, was Marvin Pieringer Paderborn erzielt und vor allen Dingen auch da umsetzt an Toren und Vorlagen, wie er da im Spiel eingebunden ist und man das dann eben auch mit Stolkovic vergleicht, ist halt dann die Frage, ob man da den extern hinzuholt oder eben dann lieber einem eigenen Spieler vertraut, der es vielleicht sogar in Summe aktuell nochmal einen Ticken besser macht. Zum Ende der vergangenen Saison wurde ja Jakob Fimpel unser neuer Trainer bei der U23. Zuvor hat er ja schon verschiedene Stationen bei uns in der Jugend gehabt. Und mittlerweile ist ja auch klar, dass was er eben bei der U23 macht, hat durchaus Hand und Fuß. Und unser relativ junger Trainer will natürlich dort auch Erfolg haben und hat nur nochmal gegenüber der Watz einige spannende Details verraten. Vor allen Dingen auch, was sicherlich interessant für uns alle ist, wo sich unsere U23 noch verbessern kann und vor allen Dingen auch, was Fimpel gerne sieht, also für welchen Spielstil unser Trainer dort steht. Wir können im Ballbesitz noch viel besser werden. Auch beim Herausspielen von klaren Chancen können wir zulegen. Bisher ist das, was wir machen, ganz ordentlich, aber wir könnten noch dominanter auftreten, sagt Fimpel gegenüber der Watz offen und ehrlich und erklärt auch mal generell seine Spielweise. Defensiv versuche ich, den Jungs eine klare Struktur mitzugeben. Wir wollen intensiv sein. Bei den Trainingsinhalten gehen wir aber auch ins Kreative. Es geht um das Herausspielen von Chancen. Nach einem Ballverlust will ich schnell wieder mit meiner Mannschaft den Ball haben, damit wir das Spiel bestimmen können. Generell ist mir ein 4 zu 3 lieber als ein 1 zu 0. Und ich glaube, das sind Aussagen, die wir Schalke-Fans erst mal generell sehr, sehr gerne hören. Und vielleicht wird ja auch mal Jakob Fimpel in Zukunft die Chance bekommen, Cheftrainer bei uns zu werden. Denn ich glaube, die Frage mit, haben wir hier vielleicht mal einen neuen Trainer für Schalkes Profimannschaft, kann man durchaus mit Ja beantworten. Denn Peter Kneeblatt, der auch schon mehrfach betont, dass er eben nicht nur in der Knappenschmiede Spieler ausbilden möchte, sondern eben auch selber Trainer entwickeln will. Mit Ono Schienel ist das ja schon auf einem guten Weg, der mittlerweile auch schon bei Ralf Rangnick bei Österreich Co-Trainer ist und parallel eben noch bei uns Cheftrainer bei der U17 ist. Mit Jakob Fimpel hat man ein weiteres Trainertalent, mit dem man natürlich auch langfristig plant. Denn auch Fimpel selber beschreibt Schalke mit lobenden Worten. Schalke ist etwas Besonderes, ein geiler Verein, der mich auch früher schon interessiert hat, obwohl ich aus Süddeutschland komme. Ich fand damals die Schalke-Spieler Emilio Penza oder Lincoln super. Und Jakob Fimpel hat natürlich auch persönliche Ziele. Und da geht es logischerweise auch darum, ob er denn vielleicht mal Cheftrainer sein wird. Mein Ziel war es immer, durch die Aufgabe, der ich gerade nachgehe, mich zu verbessern und mich optimal an die Anforderungen anzupassen. Auf Schalke habe ich die Chance, als Cheftrainer der U23 zu wachsen. Und ich finde es da erstmal ganz gut, dass Fimpel mehr als bescheiden bleibt. Keine großen Töne spuckt, dass er unbedingt in den Profibereich muss oder will. Natürlich ist das sicherlich das Ziel von sehr, sehr vielen Trainern. Viele schaffen es aber auch nicht. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier Jakob Fimpel peu a peu auch langsam als Cheftrainer aufbauen. Und er dann vielleicht mal in Zukunft auch eine Option ist für den Profibereich. Klingt sicherlich realistisch. Und ich glaube, den Weg, den man dort in der Knappenschmiede geht, ist auch vollkommen richtig so. Mittlerweile sollten alle rund um Schalke 04 gemerkt haben, dass unsere Mission der Klassenerhalt ein extrem steiniger Weg wird und möglicherweise auch bis zum letzten Spieltag andauern muss. Und deswegen ist es natürlich auch vernünftig, sich auch auf das rein theoretisch mögliche Worst-Case-Szenario einzustellen. Sprich, was passiert, wenn wir wieder absteigen aufgrund unserer hohen Schuldenlage? Und die Bild-Zeitung hat dort erfahren, um einen Wiederabstieg wirtschaftlich überleben zu können, hat Schalke mit dem Betriebsrat ein Sparpaket vereinbart. Dies wurde mittlerweile auf Bild-Nachfrage auch von Schalke bestätigt. Deswegen gehen wir das auch mal gemeinsam durch. Denn sollten wir in der zweiten Liga dann wieder spielen und eben nach dieser Saison absteigen, dann verzichten wohl nahezu alle der 450 Mitarbeiter auf Gehalt. Im Gegenzug winken dann aber natürlich auch Prämien, wenn die Mannschaft erfolgreich ist. Und dort kennt auch Bild die Gehaltsverzicht-Tabelle. Erst einmal Mitarbeiter bei uns auf Schalke, die unter 3.500 Euro verdienen, verzichten nicht auf Gehalt. Besser gesagt, sie müssen nicht auf Gehalt verzichten, weil das eh dann schon im Feld ist und in anderen ein niedriges Gehalt ist. Beim Gehalt von 3.500 bis 5.000 Euro gibt es dann eben 5% Verzicht. Beim Gehalt von 5.001 Euro bis 7.000 Euro 7,5%. Beim Gehalt von 7.001 Euro bis 10.000 Euro haben wir 10% Verzicht. Und dann beim Gehalt von 10.001 bis 15.000 Euro haben wir dann 12,5% Verzicht. Und beim Gehalt über 15.000 Euro sind es dann auch schon satte 15%. Und damit will eben dann Schalke erreichen, dass man ordentlich Geld auch einsparen kann im Fall eines Abstieges. Natürlich wird jetzt sicherlich von vielen von euch wieder das Argument kommen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Warum müssen denn die Mitarbeiter auf Schalke verzichten und nicht einfach ein, zwei Spieler ein paar Millionen weniger verdienen? Bin ich vollkommen dabei. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass wir so eine Anzahl Mitarbeitern haben, wie es oftmals nur Clubs haben, die europäisch eigentlich Champions League spielen. Da sind wir einfach noch auf einem anderen Niveau. Und da geht es eben dann darum, alle Mitarbeiter im besten Fall einen Job bieten zu können. Aber dafür müssen eben auch dann die Mitarbeiter, die auch relativ viel im Verhältnis zu anderen verdienen, verzichten. Was dann sicherlich eine gute, vernünftige Lösung ist. Und es gibt eben auch ein Prämienmodell, sogar Titelgelder, bis hin zu einem Triumph in der Champions League, was eben schon feststeht. Sollte man eben dann wieder in die Bundesliga aufsteigen, gäbe es ein Monatsgehalt on top. Für den Klassenerhalt in der ersten Sinne nach dem Aufstieg gibt es ein halbes Monatsgehalt, was übrigens auch jetzt schon gilt. Für den Gewinn der Meisterschaft gibt es auch ein Monatsgehalt. Für den Gewinn des DFB-Pokals gibt es auch ein Monatsgehalt on top. Beim Finaleinzug ein halbes Monatsgehalt und für den Gewinn der Champions League gibt es auch ein Monatsgehalt. Und auch dort für den Finaleinzug sogar drei Viertel vom Monatsgehalt nochmal on top. Und für den Gewinn der Europa- oder Conference League gibt es ebenso wie bei der Champions League ein Monatsgehalt on top. Und beim Finaleinzug drei Viertel des Monatsgehalts. Und das hat eben auch Schalke auf Bildnachfrage bestätigt, dass es dieses Spar- und Prämienpaket gibt. Ziel ist es einerseits, dass die Mitarbeiter am sportlichen Erfolg auch finanziell partizipieren. So erstmals geschehen beim Aufstieg in die Bundesliga in diesem Sommer. Gleichzeitig soll der Verein an dieser Stelle dem Beispiel anderer Clubs folgend in einem erneuten Abstiegsfall gewappnet sein. In dem durch den freiwilligen Gehaltsverzicht eine automatische Kostensenkung eintritt. Denn neben dem Monatsgehalt hat Schalke noch eine einmalige Mini-Aufstiegsprämie von 504 Euro gezahlt. Auch an die Mitarbeiter, die den Gehaltsverzicht nicht unterschrieben haben. Denn, und das ist ganz wichtig zu sagen, dieser ganze Gehaltsverzicht basiert auf freiwilliger Basis. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.